Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Plants vs. Zombies Garden Warfare. Wir sind heute unterwegs mit dem Physiker. Mit dabei ist der I.M. Pizzafetzer. Den Physiker hatte ich ja mal bei einem Pack Opening freigeschaltet. Und jetzt war ich nicht so begeistert von dem, aber ich habe ihn auch noch nicht wirklich getestet. Und ich möchte jetzt mal das Video so ein bisschen dafür nutzen, um mir so eine Meinung über den zu bilden. Weil er hat nicht wirklich viele Schuss und er zieht aber anscheinend doch ordentlich was, wenn wir treffen. So, Haftkugel rein. Heilen. Okay, wo ist er jetzt hin? Hallo? Ah, da. Hi. Oh, und tschüss. Das ging schnell. So, erstmal irgendwas beschwören. Ja, hier sowas. Genau. Zack. Ich glaube, wir müssen sehr genau treffen. Aber wenn wir treffen... Oh, der macht ja richtig guten Damage. Nice. Sehr schön. Erstmal eine Haftkugel rein. Zack. Ah, ich glaube, der hat sogar schon was gezogen. Nice. Einfach mal reinschieben. Oh, wir machen sogar Flächenschaden. Das wusste ich gar nicht. Geil. Hi. Aber ja. Yo. Also entweder haben die alle nur live, oder weil wir ziehen ja nur 20. Und das ist trotzdem irgendwie mega viel, habe ich das Gefühl. So, zack. Mal hier rein. Und ich würde sagen, läuft das schon mal souverän. Dafür, dass ich noch nie gespielt habe. Aber ich finde, der sieht auf jeden Fall richtig knorke aus. Am Anfang habe ich so gedacht, ja, ich weiß nicht, weil irgendwie fünf Schuss und dann muss man so genau... Ohohohoho. Muss man so genau treffen. War ich mir nicht so sicher, ob das wirklich so Töfte ist. Aber im Moment ist das ja... Ohohoho. Yo, wir hauen ja weg. Halleluja. Läuft es da schon richtig gediegen. Oh, wir sind besser als der Level 249er. Schön. Da hinten ist ein Kaktär. Hi. Da oben ist auch noch eine. Oh, sie ist schon down. Okay. Gut, ich würde sagen, wir bauen jetzt mal unsere Abschlussserie weiter aus. Also, heißt nicht, wir gehen jetzt überhaupt nicht mehr drauf, sondern wir probieren die Abschlussserie jetzt mal ein bisschen auszubauen, einfach. So. Okay. Hi. Oh, Mann, die ist schon... Ah, shit. So, schnell wegporten. Hallo, Port. Hä, was war das denn für ein Port? Wow. Kannst du ja auch nichts verkaufen. Nein! Och, nö! Ja, gut, das war es dann mit unserer fünfer Abschlussserie. Alles klar. Ähm. Ich weiß nicht, ob der jetzt im Nahkampf so gut abgehen kann, weil die Schussfrequenz ist relativ langsam. Ich glaube, wir haben auch noch keine Verbesserung. Aber, was wir auf jeden Fall nach der Runde haben, sind 400.000 Münzen. Das ist richtig geil. Also, wir können uns erstmal ein paar neue Packages kaufen. Und, was wir auch noch machen können, wir können uns diese Weihnachtspacks kaufen, die jetzt neu rausgekommen sind. Die gingen, glaube ich, bis zum 4. Januar, glaube ich. Und, die sind richtig geil. Ich habe eben schon mal in der Runde jemanden gesehen, der hatte, ähm, da so eine Charaktere. Der hatte da so ein paar Weihnachts-Accessoires an und das sah richtig geil aus. Yo! Also, im Nahkampf drücken wir echt ordentlich Schaden rein. Und wir machen noch ein bisschen Flächenschaden hier mit dem Elektrik. So, zack. Haftkugel, Haftkugel und Heilport. Und dann nehmen wir erstmal einen, würde ich sagen. Okay. Da porten wir uns mal gerade weg. Hi. Hi. Lass mich hier runter. Lass mich hier runter. Ja, sehr schön. Oh, er ist down. Schade. Ah, hi, hier ist noch einer. Hi. Ja, wir machen ja so krassen Damage. Aber bis jetzt bin ich echt überzeugt von dem. Aber ich denke, dass ich noch ein paar Runden brauchen werde, um mir so ein komplett abschließendes Fazit zu bilden. Oh, er ist down. Okay. Äh, erstmal heilen. Zack. Erstmal raus lunzen. So, schwupp. Ja, alle heilen. Sehr schön. Dann krieg ich schon Punkte. Danke. Ah. Nein, 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 nein. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh, scheiße. Du. Du. Get down. Okay, sehr schön. Aber sorry, Freunde, ich konnte euch nicht mehr wiederbeleben. So. Aber läuft auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ich bin echt jetzt ein bisschen überrascht. Er hat zwar eine langsame Schussfrequenz und nur fünf Schuss, aber ich glaube, ich habe auch noch keine Verbesserung freigeschaltet. Und, ähm, so kacke, wie ich gedacht habe. Ist er jetzt gar nicht. Ah, hier, guck mal, hier sehen wir schon ein mit Geschenk auf dem Kopf. Nice. Und tschüss. Zack. Ähm. Guts. Wir nehmen gut ein. Wir nehmen sehr gut ein. Wir rushen hier förmlich durch. So, noch ein bisschen. Boah, das zieht ja richtig gut. Yo. Haben die alle nur live oder machen wir die alle one hit? Ist ja richtig geil. Aber da kommt jetzt irgendwo noch ein Schnapper, oder? Nein. Nein, 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 nein. 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 Yo. Nein. Ja, komm. Schieß doch irgendwer anders ab als bei uns da. Zukunfts-Schrot. Und, ähm, ich habe jetzt auch eigentlich fast alle Charaktere. Ja. Fast alle Charaktere. Außer ein paar. Aber dafür muss ich noch auf Level 10 mit jedem aufleveln. Ähm. Können wir uns auch mal ein bisschen Accessoires zulegen, damit wir uns ein bisschen aufpimpen können. Ist bestimmt auch alles richtig geil. So. Aber wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Randelei. Ja, mach das. Du triffst uns hier nicht. Dann mach mal. So. Na. Ja, komm. Springer hier hoch. Springer hier hoch, Jungens. Zack. So. Sehr schön. War ja nicht. Ne, doch. Da hier. Ha. Hi. Und. Adios. Zack. 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 So. Aua. Heilung. 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 Hat uns der Gift gedrückt. Ah. Immer eine Vorlage noch bekommen. So. Ah. Wir sind gerade im Mittelfeld. Ein paar mehr Kills würde ich mir schon jetzt noch erhoffen. Und adieu. So. Wir heilen uns nochmal kurz. So. Jetzt sind wir kommen heute aufgeheilt. Und lass mich durch. Lass mich durch. Bin arzt. Schneller. Ach. Die können wir auch mal kaputt machen. Was macht er hier? Achso. Der macht das kaputt. Gut. Dann. Äh. Gehen wir rein. Nein. Ach shit. Ich laufe noch genau auf die Bohne. Und die hat uns jetzt komplett zerfetzt. Nice one. So. Egal. Einfach wieder. Nach vorne. Wir benutzen jetzt einfach mal den Energie Warp. So. Schwupp. Okay. Aber wir haben noch zwei Minuten Zeit. Heißt. Ist noch alle Zeit der Welt. Um den Garten einzunehmen. Komm. Hi. Aha. Ja. Gut. Das ging jetzt schnell. Ich bin mal dafür, dass einer hier den Porter aufbaut. Nein. Komm. Eine Haftbombe. Ach. Haftbombe. Haftkugel. Haftkugel, Freunde. Ne. Wir haben keine Verbesserung. Ähm. Doch. Hier habe ich schon eigentlich alles halbwegs gute ausgerüstet. Aber. Ich wäre mal dafür. Wir haben mich mal gar nichts eingenommen. Und. Jetzt wäre es mal an der Zeit. Mal. ein bisschen was einzunehmen. Sonst ist die Runde hier gleich. Direkt vorbei. Das wollen wir nicht. Okay. Ja. Hi. Tschüss. Ja. Wie kommt hier noch denn einer nach hier? Hold up. Hold up. Nein. Jo. Wenigstens haben wir noch eben die Vorlage gegeben. So. Zwölf Punkte. Ach. Zwölf Punkte. Zwölf Kills. Aha. Wir fangen an den Garten einzunehmen. Minimal. Ich würde es aber gerne erstmal bis zum Garten schaffen. Das ist jetzt. Ist jetzt noch nicht so. Geglückt. Ah. Mal schauen. Okay. Eine Minute 14. Jetzt müssen wir wirklich reingehen. Jetzt einfach mal nicht da lang. Weil da tümmeln sie sich gerade. Heißt. Haftkugeln rein. Und Attacke. Ha ha ha. Niemand legt es mit unserem IMP zur Fetze an. So. Freunde. Rein. Ich schaff das hier nicht alleine. So. Wir warpen uns hier mal ein bisschen durch die Gegend. Ein bisschen für Ablenkung sorgen. Und wieder rein. Rein da. Kommt. Los. Es wird richtig knapp. Nein. Nein. Aha. Wenigstens haben sie jetzt gemerkt. Das wir einnehmen müssen. Ich finde das immer so toll. Wir fangen ja auf den letzten 20 Sekunden an alle einzunehmen. Wir haben es auch nicht früher geschafft. Aber trotzdem. Nachdem ich reingelaufen bin, kommen sie auf einmal alle reingelaufen. Weil die Zeit knapp wird. Ja. Wir haben schon noch sieben Sekunden. Und ich glaube, das wird es dann jetzt auch. Oder? Komm. Schaff das noch. Ja komm. Extra Zeit. Wir kommen jetzt auch noch. Schnell. Schnell. Sechs Leute sind drin. Yes. Yes. Wir schaffen das noch. Locker. Nice. Sehr schön. Willst du mal down gehen? Hi. Ach man. Nur Vorlage. Ah. Meins. Töfte. 15 Kills. Sehr schön. So. Heilung. Kommt noch hier. Ach scheiße. Nein. Nein. Ah. Jetzt kommt noch. Kornschlag. Weg. Okay. Aber wir beleben jetzt erstmal wieder. So. Ihn hier. Und ihn hier. Und. Heilt euch alle. Ja. Und die Punkte werden generiert. Nice. So. Sehr schön. Haben wir gerade von Dr. Zombos noch was geschickt bekommen. Komm. Erstmal hier alles wieder beleben. So. Meine Station auch nochmal rein. Komm. 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 Komm wieder. Ja. Sehr schön. Boah. Wir generieren gut Punkte. Weil ich doch. Hier liegt noch einer. So. Komm. Den beleben wir auch schnell wieder. Haha. Boah. Wir machen richtig nice Punkte. So. Schön an dem vorbei. Ja. Ach du scheiß Drohne. Hau doch ab. So. Können wir das wenigstens schon mal reinhauen. Na. Oh ne. Er kam jetzt von links an. Ja. Schnieke. So. Die haben alle tausend Punkte mehr. Das ist blöd. Ich will auch tausend Punkte mehr haben. Aber ich bin erstmal froh, dass wir überhaupt was gerissen kriegen mit dem Physiker hier. Ich habe am Anfang echt gedacht, dass es überhaupt nichts gibt. Aber dann wird auch Zeit, dass wir auf jeden Fall Verbesserung für den kriegen, damit wir auch mehr Munition und so haben können. So. Erstmal die Heilpflanze von dem Kollegen da zerstören. Zack. Und tschüss. Ja. Wow. Wieder nur ne Vorlage. Hä? Warum hat das jetzt nichts gezogen? Tschüss. So. Komm nach hier schnell, Freund. Heil dich. Ja. Nein. Egal. Wir leben dich wieder. Haha. Da habe ich ein Köpfchen getroffen. Und Headshot. Jo. Haftkugel. Ach. Schaden. Nur ne Vorlage. Nein. Irgendwie reiß ich im Moment. Der Haftkugel echt nix mehr. Wird ja gerne nochmal ein bisschen mehr Glück haben. Vielleicht hat der Haftkugel mal richtig nice Kills gemacht. Nein. Ah. Shit. So. Den 249er haben wir jetzt erstmal ein bisschen abgeschüttelt. Aber davon muss er echt schon ordentlich gespielt haben, um der Welt 249 zu kommen. Ich meine, wenn man viele Sterneüberspringer hat, dann kann man sich natürlich damit richtig hoch pushen. Aber, Halleluja. Da braucht man trotzdem ordentlich lange für. Ich meine, ich bin gerade 53. Und es hat schon ein bisschen was gedauert. So. So. Ah. Endlich mal wieder ein Spieler besiegt. Explosierbar. Auf zum Baumarkt. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Hin da. Gut. Wenn die sich noch alle da aufhalten. Ah. Okay. Sie halten sich doch nicht alle da auf. Korrigieren. Oh. Das sieht cool aus. Ja. Und tschüss. Ich kann mal nach den Quest gucken. Erledige fünfmal einen Feind nach dem mittelbaren Warpen. Erledige zwei Schnapper während einer gesunden unter 20 liegt. Erledige fünf Spieler mit exklusiven Haftkugeln. Geil. Das können wir vielleicht noch schaffen. So. Einmal warpen. Und randadei. Die End ist Nia. Ja. Für die Pflanzen ist das Ende wirklich nah. Ah. Guck mal. Er kommt schon im Eiszapfen nach unten. Ah. Das ist. Was macht ihr denn da? Will ihr auch? Ja. Sehr schön. Danke. Down gehen. Okay. Ha 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 ha. Tschüss. Meins. So. Wir halten uns mal kurz hier hinter auf. Und dann nehmen wir es schon alleine ein. Sehr schön. Ah ne. Jetzt ist hier irgendwo eine Pflanze drin. Das ist. Wir nehmen ein. Ja. Wir nehmen ein. Sehr schön. Tschüss. Ha ha ha. War es Haftkugel? Ne. Das war ein Pizza-Fetzer. Und noch einen. Sehr schön. Aber wir brauchen mal ein bisschen. Ah. Sehr schön. So. Jetzt noch die letzte Basis. Destroy the tactical cube. Ja. Wir zerstören die taktische Gurke. Warum hat das auf. Ist das neu so? Oder. Weil eigentlich hat ich das auf Deutsch gestellt. Alles klar. Wir zerstören die taktische Gurke. Ja. Nice. So. Dich beleben wir noch schnell wieder. Komm her. Zack. Haben wir gut Punkte gerade noch generiert. So. Ich würde sagen. Wenn jetzt nicht alles schief geht. Gewinnen wir die Runde vielleicht noch. Das wäre auf jeden Fall richtig nice. Und dann habe ich meine Meinung über hier den schönen Physiker. Auf jeden Fall geändert. Weil der kann schon ganz gut abgehen. Und ich denke. Wenn wir noch alle drei Verbesserungen dabei haben. Dann wird es auf jeden Fall nochmal richtig gediegen. Ja. Hau ab. Flump. Was macht der da oben drauf? Hi. Tschüss. Meins. Danke. Wenn der da oben drauf chillt. Dann holen wir uns den auch. Ich meine. Wer sich da oben drauf chillt und nichts macht. Der muss gesnackt werden. So. Erstmal hier sowas. Was? So. Haft kugeln. Ha. Tschüss. Keine Chance gegen die Zerstörung. Oh. Wir haben sogar noch so einen Kürbiskollegen vom Halloween Event. Na. Oh ne. Ja. Der Profi ist wieder am Start und läuft im Getiegen in die tollen Minen. Wohin hat sich sogar gereimt. Warte. Eine Kacke. Egal. Einfach nach vorne. Und weiter reinhalten. Da oben steht hier die taktische Gurke und die darf ich nicht abheben. Ah. 1 in 4 ist gezündet. Sehr schön. So. Aufheilen. Ah. Was war das? So. Äh. Jetzt kriegt ihr mal so einen hier. Und. Rein. Yes. Nein. Nuggets. 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 Komm. Schützt mich. Schützt mich. Wir brauchen wir uns hier viel platzieren. Yes. Yes. Ja. Wir haben hier viel platziert. Nice. Und. Jo. Das ging jetzt aber mega schnell. Alles gleichzeitig. So. Schnell noch nach hier laufen. Vielleicht sieht man uns noch. Ja. Und die taktische Gurke wurde zerstört. Sehr schön. Ich würde sagen. Das war auf jeden Fall eine nette Runde. Und wir haben jetzt 400.000 Münzen. Äh. Okay. Ja. Das haben wir schon gesehen. Alles klar. Okay. So. Ähm. 26 Kills. Also ich meine. Dafür dass ich den jetzt noch nicht so viel gespielt habe. Ist es auf jeden Fall ganz okay. Wir haben 414.000 Münzen. Das schreit ja förmlich wieder nach einem Pack Opening. Und zwar. Werden wir hier nochmal ein paar kaufen. Und das würde ich auf jeden Fall kaufen. Weil ich ein bisschen. Äh. Accessoires haben will. Für meine Charaktere. Das sieht nämlich richtig töffter aus. Kosten 30.000. Ich denke mit 414.000. Können wir uns dann mal ein paar Sachen von gönnen. Und ich würde sagen. Danke. Dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe ihr hattet jetzt so einen kleinen Eindruck wie der Physiker ist. Wie gesagt. Ich habe noch nicht alle Verbesserungen. Bin jetzt noch nicht der Überpro da drin. Aber ich denke man konnte so ein bisschen sehen wie der sehr ist. Und ja. Das soll es dann auch gewesen sein. Danke dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tüdelü.